2. Spiel PSV Rosenheim gegen Bürgernland Rosenheim in Weiß Kornion 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 und es flogt wieder. Komm, 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 komm! Oh, ist schön! Hääääh? Ich hab da blitzt, ist so behinderweißen. Ja, checkt sie, er ist hart! Wir haben einvokal, wir haben einen Pfleisch, für die Leute, die sind unser Klamotten. Wir haben einen Pfleisch, aber wir haben einen Pfleisch. Sie möchte länger warten, dann machen wir einen Pfleisch! Ich habe einen Pfleisch. Dann haben wir einen Pfleisch. Wir müssen jetzt den Pfleisch. Ich bin ja milliardierer. Ich bin ja milliardierer. Ich bin die Pfleisch! Lüben und Zebra sind dran. Hetzstolk für Rosner. Alexander Walsch. Was wird das? Were Sie hier im Bett? Wie ist es dort für den蛇. Sie haben hier zuerst eine S-fart. Huch! Das ist du? Ja das ist deinem Bett. Null, 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 peck! A ball, null, peck! Alle, vier, fünf, ne, vier, fünf, ne! Wo ist sie los? Wo ist sie los? Komm, komm! Verpüß dich jetzt. Bisschen aus derselfenischen Welt. after-soорus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, 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 komm. Der muss. Ja, sehr schön. Ja, wow. Endlich. Sauber. So geht's gut. Ja, die Fatsche, jetzt weint das so. Die Fatsche. Gehen Sie bitte! Oh ja! Garbleiben, Tori! Laufen, laufen, Jungs! Fürs nächste Spiel bitte bereit haben, der FV-Pilotisten. Das ist der Vorschein! Fürs nächste Spiel bitte bereit haben. Fürs nächste Spiel bitte bereit haben. Nixen! 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 Fürs nächste Spiel! Die Mitte steht 1 an. Zwei Stängen Mitte. Ja, das ist ein Falsche. Kruzifix noch einmal. Sauber aber. Kruzifix noch einmal. Kruzifix noch einmal. Das ist auch sehr schön. Das ist nicht zu sehen, aber okay. Das ist Kaka. Ich versteh nicht, wo sie da liegen, wie sie rumzoggen. Nein, da muss ich in der Halle flottspielen. Wie flott ist, dass die zwei das zumachen, zum Beispiel jetzt. Ja genau, schau. Au! Es beginnt die letzte Spielminute. Drambleiben, dranbleiben, dranbleiben, Jungs. Kein Plätze jetzt. Ich bin kaputt. Jetzt kommt man noch ein bisschen zuhause. Vergiss es. Aus der Rosenheim. Macht es ihm zu. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Super. So. So, und jetzt ist es dann noch vorbei. Ok, bitte. Weswegen jetzt? Weswegen war das nicht? Ja, aus der Klinik oder was? Ja, ich bin kaputt. 31. Ja. Ja. David, wie war das? Was? Ja. Sauber. David, komm, komm, komm. Jetzt drück sie mich hin. Jetzt. Au! Jawoll, komm Jungs. Arme noch. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwo. Eins. Aus. Juhu. Die Fußballer könnte mit Polen an gewinnen. 2, 2, 1.